Hallo liebe Tabletop-Freunde! Ja, es ist nicht mehr als wir jetzt gemerkt haben, es ist heute sogar, lasst mich kurz schauen, der, man soll das Datum einstellen, gell? Der 21. Juni 2022. Was war los? Im Februar habe ich noch ein Video rausgebracht und gesagt, hier voll die Ideen, bam bam bam, jeden Monat ein Video. Manchmal kommen Dinge dazwischen, manchmal ist es das Leben. Also, es ist klippisch, nichts passiert, es war einfach nur viel los. Sprich, die Zeit abends war teilweise, weil unsere Kinder ab in der Mittlungsschule mitgemacht haben, sprich, das war einfach abends stressig wie Sau. Und ihr kennt es auch mal selbst, die Motivation zum Malen ist manchmal schon schwierig. Dann die Motivation, Sachen zu filmen, zu schneiden, hochzuladen, ist manchmal noch weniger da. Aber als ich dann Ende März, Mitte März gedacht habe, so, jetzt steht gleich unser Urlaub zusammen mit dem Maske dran, der auch sehr schön war. Wir haben nur keine Zeit für Tabletop gehabt, tatsächlich leider. Deswegen, ich erwähne in dem Video, was hier gleich im Anschluss kommt. Das hatte ich nämlich kurz vor diesem Urlaub gedreht, wo es um Silver Baronet geht. Gemeint, ah, hier, ich packe die zwei Banden ein und wir spielen das und dann gibt es einen Testbericht und ein Spieleauf, äh, ein Testspiel-Sono-Mitbericht. Yes, sorry. Den gibt es nicht, weil wir haben es nicht geschafft. Wir waren ganz viele Ausflüge machen, wir haben viele andere Sachen gemacht und gespielt, aber wir haben keine Zeit für Tabletop gehabt. Ähm, heißt, ich habe Silver Baronet immer noch nicht gespielt. Nein, ich werde es dann nächstes Mal anspielen, ähm, das kann man ja auch Solo spielen, das ist ganz schön. Ähm, ich habe es noch nicht fertig bemalt. Ich bin fast fertig, fast. Mal schauen, die nächsten Tage werden sie fertig. Ähm, so, dann sind wir irgendwo bei Kurs vor Ostern. Und Ostern ist schon wieder lang her, Pfingsten ist schon vorbei. Ähm, wir haben Juni, Ende Juni schon fast. Dann habe ich mir gedacht, so, Video ist gedreht, eben Bericht zu Silver Baronet, der sie gleich seht, oder den ihr gleich seht. Ähm, dann muss ich jetzt nur noch schneiden und hochladen und tschak, und dann geht's rund. Ja, dann habe ich mein Schnittprogramm aufgemacht und es hat gesagt, Update. Habe ich gemacht, habe ein Update reingeladen. Ähm, und dann hat es mir gesagt, geht nicht, weil dein Grafiktreiber, den finde ich nicht. Okay. Dann habe ich mir ein Wochenende Zeit genommen. Naja, okay, einen Abend von einem Wochenende Zeit genommen. Ähm, und alles versucht. Windows Updates gefahren. Ähm, alles mögliche probiert, rumgebastelt, rumgetüftelt. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Dann habe ich mich die letzten Wochen mal umgeschaut nach einem Ersatzprogramm. Was ich denn sonst nehmen könnte, was ich mich einarbeiten möchte und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, na, na, ist alles nicht so geil. Ähm, hier, ich habe den DaWinji Pro, glaube ich heißt es, ähm, drauf. Und der ist schon ein bisschen komplex, aber der ist geil. Also der kann viel und deswegen, eigentlich habe ich mich hier nicht schon eingeweistet und eigentlich will ich nichts anderes benutzen. Joa, dann habe ich halt mich nochmal hingesetzt. Nochmal geschaut, nochmal Updates aufgespielt. Ähm, das ging immer noch nicht. Und dann habe ich gesehen, halt, es gibt von DaWinji Pro die neue Version. Ich glaube, die 18er war es dann inzwischen. Ich hatte noch die 16er drauf. Mach mal die 18er drauf, vielleicht hilft es ja was. Draufgespielt. Ja, das ging immer noch nicht. Aber diesmal hat das System wenigstens nicht nur gesagt, ich finde deine Grafikdingsbums nicht, sondern hey, hey, der Treiber, den du auf deiner Grafikkarte hast, mit dem kann ich nicht arbeiten. Mach was anderes drauf. Und dann, dann sind mir Ideen gekommen. Warum nehme ich nicht einfach den Grafiktreiber vom Hersteller der Grafikkarte und nicht die doofen Windows-Treiber? Joa, gesagt, getan. 20 Minuten später hatte ich die Treiber installiert. Ratet, was wieder geht. Richtig, mein Schnittprogramm und ganz viele Spiele, die vorher nicht mehr funktioniert haben. Und dann noch mal War Thunder, was nicht gut ist für mich, weil, ja, War Thunder und Figürchen, das konkurriert so ein bisschen. Nein, ganz schön ist es nicht. Aber heißt, ich kann wieder Videos schneiden. Deswegen seht ihr mich jetzt hier. Und jetzt kann ich hoffentlich auch mein Versprechen ein Video im Monat so grob einhalten. Nicht zu lang labern, weil ich sehe schon, ich habe jetzt schon wieder ein paar Minuten aufgenommen. Fast vier Minuten. Und ich denke mal, ihr wollt ja das Video zu Babylon erzählen. Also, nicht enttäuscht sein. Das Testspiel gab es noch nicht. Ich werde vielleicht am kommenden Wochenende mal ein Solo-Spiel machen. Und wenn es gut funktioniert, da mal ein Testspiel aufnehmen, ein kleines zumindest. Ansonsten, was gerade geplant ist, ist eine kleine Videoserie zum Thema Tabletop für Noobs. Ja, also, ich spiele Leute, die auf Tabletop keine Ahnung haben, was ist das überhaupt? Warum malen die erwachsenen Menschen da Figürchen an? Und warum, was machen die da überhaupt? Und wie komme ich da rein und was gibt es da alles? Wirklich, ich habe eine gute Freundin, die macht selber Live-Rollenspiel sehr viel. Finde die Figürchen cool, aber hat auf Tabletop keine Ahnung. Und die hat gemeint, dann mach doch mal so ein Anfänger-Video. Weil ich habe von Tabletop null Ahnung. Erklär doch mal, was ist das überhaupt? Was gibt es da? Was für Genres gibt es? Was für Maßstäbe gibt es? Wie finde ich Einstieg in das Hobby? Was gehört zum Hobby? Wie kann ich anfangen? Und so weiter und so weiter. Und da will ich mal eine kurze Reihe machen. Das heißt, wenn ihr dazu Ideen habt, da unten reinpacken. Aprobe da unten reinpacken. Nach den letzten Videos habe ich, lasst mich kurz gucken, mehr wie 10 Nachrichten bekommen. Kommentare, Nachrichten, verschiedene Sachen. Unter anderem auch, und da gehen die Grüße raus ans Teilchen HQ. Ja, ich freue mich aufs Prim. Ganz viele Sachen. Also tendenziell, ja, ich lese die Nachrichten, wenn mich mein E-Mail-Programm reinlässt. Jetzt geht es wieder. Das hat manchmal nicht funktioniert. Ich antworte leider nicht immer auf alles. Nochmal vergesse ich es und vergesse es dann und denke mir so, ah, mach ich morgen. Und ja, morgen ist dann irgendwie in vier Monaten. Das heißt, wenn ihr mal eine Antwort von mir möchtet und ihr kriegt keine, tretet mich nochmal. Das ist dann nämlich auch nicht böse, ja. Das ist einfach, manchmal dauert es ein bisschen. So, genug gespafelt. Viel Spaß mit Silver Bayonet. Hallo, liebe Tabletop-Freunde. Willkommen bei Flo's Tabletop-Perei. Ja, ihr habt meine zwei letzten Videos dieses Jahr schon gesehen. Da habe ich ganz viel erzählt, was ich gerade mache, was ich plane, was meine Projekte sind und so weiter. Und ich habe euch gefragt, ja, was wollt ihr denn sehen? Weil, ich meine, alle, die selber einen Kanal haben, wissen es. Manchmal ist es echt schwer zu überlegen, was für Content möchte ich machen. Und, ich kann nicht mehr sagen, wer es gefragt hat, aber eine Frage, die kam, und da habe ich so mit, eigentlich auch die einzige, die kam, ist, oder das Frage, eine Bitte war es eigentlich mehr. Mach das da. Mach das Silver Bayonet. Zeig uns das mal ein bisschen mehr. Zeig uns mal so ganz grob, was ist das? Was kann das? Was braucht man? Was machst du damit? Also, ich interpretiere das gerade in diese Aussage rein. Stand da natürlich nicht alles, aber genau. Und das tun wir jetzt. Es soll gar kein langes Video werden. Ich denke mal so, eine Viertelstunde. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Beim letzten Mal hat es nicht geklappt, aber ist ja auch egal. Was bekommt ihr heute zu sehen? Ihr bekommt einen kurzen Einblick in dieses Buch. Ihr bekommt, ihr seht es schon da oben am Rand, da liegen Dinge. Eine kurze Übersicht, was brauche ich für das Spiel? Und meine zwei Banden, die ich da schon stehen habe, noch nicht ganz fertig bemalt, aber kurz davor, sie fertigzustellen. Welche ich gemacht habe, was meine Idee dazu ist und was ich noch im Kopf habe, was ich machen möchte. Und dann, wie es weitergeht mit dem Kapitel Silver Bayonet, sage ich euch am Ende des Videos. Ja, scheiße, gell? Teaser, dass man dran bleibt. Aber so geht das. Ja, fangen wir direkt an mit The Silver Bayonet. Ein wunderschönes Buch, geschrieben von Joseph A. McCulloch. Zumindest der gleiche Mensch, der Frostgrave und Stargrave und so gemacht hat. Oder macht, der lebt ja noch, also ist ja nicht tot. Hat ein anderes Skirmish Game rausgebracht, das eben zur Zeit Napoleons spielt, aber auch so die klassischen, ich sag jetzt mal, ja nicht die klassischen Horrorfilm-Elemente, aber so die klassischen Fantasy-Horror-Gothic-Horror-Elemente mit reinbringt. Also eben Vampire, Wehrwölfe, Dämonen und so Sachen. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar und den muss ich mir tatsächlich mal wieder anschauen, wäre so die Story vom Pakt der Wölfe, wer den Film kennt, das würde hier sehr gut reinpassen. Oder auch, ja, Frankenstein. Spielt ja, glaube ich, auch in einer ähnlichen Zeit. Also einfach, dass diese ganzen Dinge real passieren. Wieso, warum, weshalb diese Dinge hier passieren, nein, lese euch nicht das Buch vor, wenn ihr das wissen wollt. Ich glaube, die ganzen englischen Reviews zu diesem Buch und auch ein deutsches lesen die Einleitungsseite vor und da steht das im Grunde drin. Einfache, simple Sache, es gibt Dämonen. Ich mach's mal auf, dieses wunderschöne Buch. Hier seht ihr schon den nächsten Punkt am wunderschönen Buch. Ist außen Fake-Leder, hiermit so schön bedruckt, sieht super schön aus. Dann innen dieses wunderschöne Marmorpapier. Ist ein richtig hochwertiges Buch, also gefällt mir richtig, richtig gut. Aber zurück zu, ja, what, was ist der Background? Ich will euch gar nicht viel im Buch zeigen. Aber ganz andere Sache. Das ganze Ding spielt mitten während den napoleonischen Krieg in Europa. So. Und die ganze Sache ist aber, es gibt eben nicht nur die napoleonischen Kriege, sondern auch noch andere Wesenheiten haben das ausgenutzt und nutzen diese, ja, die Gewalt, den Krieg an sich und werden mächtiger. Das sind hier die sogenannten Harvestmen, Geister oder Dämonen, die werden genannt und die leben oder ernähren sich vom Schmerz, von der Angst und vom Krieg. Und die tauchen wieder auf. Und da gibt es eben Banden aus Soldaten, die da gebildet werden von den verschiedenen Ländern, die genau gegen solche Wesen, gegen solche Kreaturen antreten sollen. Und in der englischen Armee ist es so, also das Buch passiert, der Name von dem Buch, Silver Bayonet, basiert auf der Auszeichnung, die ein Soldat in der britischen Armee bekommt, wenn er so eine Einheit beitreten darf. Das ist ein silbernes Bayonet, eben Silver Bayonet. Und deswegen werden diese Einheiten eben oft auch Silver Bayonet Units genannt. So, diese Auszeichnung kann in anderen Ländern aussehen, anders aussehen. Welche anderen Länder werden hier noch genutzt in diesem Fall? Das ist zum Beispiel Frankreich. Was zum Beispiel? Hier sind einfach alle vor. Also, England hatten wir schon. Frankreich, Russland, Spanien, Österreich und Preußen. Die haben alle gewisse Vor- und Nachteile. Dazu kommen wir nachher noch ganz kurz. Ich glaube, es gibt auch zu allen schon eine Mini-Range von North Star Figures, die sehr schön aussehen. Habe ich keine davon, gefahren mir aber sehr gut. Und, ihr McCallum selber sagt, irgendwo, wenn man ein anderes Volk spielen möchte, dann nehmt einfach die Liste, die am besten dazu passt, baut sie vielleicht ein kleines bisschen um und dann ist das vollkommen okay. Ja, ich möchte mal einen bayrischen Trupp aufbauen. Bayern gibt es hier nicht. Aber ich denke mal, eine Mischung aus Österreich und Preußen ist da ganz nice. Genau. Genug Blabla von mir. Nein, es gibt noch nicht Blabla, genug Blabla dazu. Ja, was braucht man? Ja, 28mm Minis. Ich denke mal, mit 20 oder 15 wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Aber, ich meine, warum? Ich muss hier keine 1000 Figuren bemalen. Also, warum? Sieht aber schöner aus in groß. Ja, Tisch. Auf welcher Größe wird es gespielt? Also, die empfehlen hier normalerweise einen Tisch von 2,5 x 2,5 oder 3 x 3 Zoll. Wenn ich mich, äh, Fuß, nicht Zoll, Zoll wäre ein bisschen klein. Wenn ich mich nicht ganz arg täusche, waren 3 Fuß, ich mache es gerade mal hier auf, ja, ca. 90 cm. Also, 90 x 90 und die 2,5 Fuß sind round about 75. Also, 75 x 75 oder 90 x 90 cm. Das heißt, lass mich mal kurz meinen Tisch hier ausmessen. Ich glaube, das müsste sogar gehen. Ja, der ist sogar ein Meter. Also, auf so einem relativ kleinen Küchentisch, ihr habt ihn schon ein paar Mal gesehen, der ist, glaube ich, jetzt ein Meter mal 1,50 oder so, oder ein Meter mal 2. Ne, ein Meter mal 1,50. Kann man das spielen. Und zwar richtig gut. Sogar auf einem kleineren Tisch könnte man das spielen. Was ich sehr schön finde. Wichtig ist hier tatsächlich, Gelände. Wird in den Senators auch beschrieben, was sinnvoll ist, was man haben könnte. Aber ich glaube, ich habe es noch nicht getestgespielt. Das kommt noch. Ich habe so den Eindruck, mehr Gelände macht hier mehr Spaß. Genau, also Tischgüste habt ihr gelesen. So, was braucht man hier? Ihr wisst ja, abseits von Figuren und einem Tisch braucht man oft noch andere Dinge. Zum Beispiel Maßband. Ja, ganz normal. Ich habe hier so ein 3 Meter Zoll und Zentimeter Maßband. Relativ simpel. Ja, das zweite. Ihr lest es euch hier schon. Kann man es lesen? Ja, ich glaube, man kann es lesen. Dice. Würfel. Ich greife hier mal kurz rüber. Dieses Spiel wird ausschließlich mit W10 gespielt. Zehenseitige Würfelschens. Hat man einfach wieder schon, oder gibt es relativ günstig. Hier ist ganz wichtig, man braucht tendenziell noch drei Farben. Kommen wir zur nächsten Seite. Und das sind, die bestimmten Farben schauen wir uns gar nicht an. Ich habe hier einen langen bunten Würfel, die bei mir als die schwarzen, als die Black Tender, ähm, die Tender laufen. Weil ich habe tatsächlich nur diesen einen rauchgrauen. Ich habe keine schwarzen W10. Ähm, könnte ich mir mal kaufen, aber ist egal. Und man braucht noch blaue und rote W10. Ja, könnte meinen wunderschönen Arm betrachten. Und die habe ich hier zufälligerweise von Muskets und Tomahawks. Da braucht man die nämlich auch. Heißt, perfekt. Kann ich für beides nutzen. Super. Genau. Ähm, dann braucht man noch Tokens and Markers. Zu den bunten Würfeln kommen wir gleich nochmal ganz kurz. Tokens und Markers. Keine Angst, ihr müsst jetzt hier nicht 20.000 Marker ausdrucken und für jeden scheiß an den Token hinlegen. Nein, ihr braucht genau zwei Dinge. Ihr braucht einmal Clue-Markers. Das sind so ein bisschen die Szenarioziele, die, ähm, Dinge, wo ihr mit euren Figürchen hinmust und irgendwelche Sachen. Die lösen meistens irgendwas aus. Und da kann man alles nehmen. Da könnt ihr eine besondere Figur nehmen. Da könntet ihr eine Kutsche zum Beispiel nehmen, die reinpasst. Oder eine Schatztruhe. Oder ein Fass. Oder wenn ihr so kleine Grabsteine habt, die wunderschön aussehen. Das würde alles gehen. Ich habe jetzt hier gerade für das erste Testspiel ein paar alte Münzen rausgesucht. Die passen, die sind zwar nicht ganz so alt wie, ähm, wie, wie das, äh, das Spiel spielt. Also es sind keine in der prionischen Münzen. Ne. Ähm, ähm, aber einfach was, was ganz klar ein Missionsmarker sein kann. Und ihr braucht Fatigue-Tokens, also Erschöpfungs-Ermüdungs-Marker. Ja, da könnt ihr, ich habe hier so grüne Plastiksteine nehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, oder hier so, höh, Hilfe. Kieselsteine, die fliegen auch gut. Genau, Kieselsteine wäre auch eine Möglichkeit. Oder hier von Bolt Action, die, ähm, Treffermarker würden auch funktionieren. Ähm, tendenziell, ich meine, Fatigue kann gesammelt und aufgebaut werden. Bin ich mir aber tatsächlich nicht ganz sicher. Aber dann würden auch hier so klassische, einfache W6 funktionieren. Und da sie nicht als Würfel benutzt werden im Spiel, kann ich sie einfach als Fatigue-Marker benutzen. Ähm, all das ist natürlich möglich. So. Genau, ich habe schon gesagt, es gibt verschiedene Farben bei den Würfeln. Da kommen wir jetzt nochmal ganz kurz dazu. Es gibt Skill-Dice, also Fähigkeitswürfel. Ähm, in Rot. Power-Dice, also Kraft-Stärke-Würfel in Blau. Und Monster-Dice in Black eben, die sind bei mir jetzt hier bunt, weil ich habe noch keine schwarzen, aber das ist okay. Ähm, für was die genau wichtig sind, werde ich euch dann genau erklären, wenn ich es mal testgespielt habe. Ähm, aber die braucht man da eben. Ähm, genau, dann ein Deck of Cards. Ähm, und zwar ein ganz normales, klassisches Deck of Cards. Ihr seht es da oben schon rumliegen. Ähm, das ist hier so ein ganz klassisches Spielkartendeck. Ihr braucht da auch nicht alle. Ähm, die werden tatsächlich eigentlich nur benutzt, um herauszufinden, was so ein Clue-Marker macht, wenn ihr den aufdeckt. Da wird nämlich einfach aus einem vorher im Szenario festgelegten Deck an Karten eine gezogen. Und das, was dann da dabei steht, das passiert. Relativ simpel. Ähm, was braucht ihr noch? Eine Unitscheat. Ja, die Dinger sehen so aus. Ähm, kann man sich runterladen. Ich meine auf der Osprey Games Homepage. Ähm, ich glaube, ich habe mir die jetzt einfach rauskopiert. Ja, gar kein Problem. Und einen Stift. Ja, also die klassischen Sachen, die man halt so braucht. Genau, wir gucken uns mal noch kurz ein bisschen durch. Ähm, genau. Genau, und das Buch geht auch dann nach der kurzen Einführung, was brauche ich alles? Und hier muss ich sagen, dieses Buch ist, also ich glaube, dass dieses Spiel super für Einsteiger geeignet ist. Warum? Weil, wie auch schon Frostgrave und Stargrave, habe ich mir sagen, also es ist auch so, habe ich noch nicht in der Hand gehabt, aber bei Frostgrave ist es definitiv so. Es ist sehr einfach gehalten. Ähm, es erklärt, auch wenn es auf Englisch ist, es erklärt in einer relativ einfachen Sprache sehr gut und sehr ausführlich, wie so ein Tabletop-Wargame funktioniert. Das heißt, für euch, die schon ein bisschen länger Tabletop machen, ist es zwar ein bisschen, ja, weiß ich, kann ich schon, Dankeschön, aber tatsächlich nimmt es einen wunderschön an der Hand. Und es nimmt eben auch Neulinge wunderschön an der Hand und führt dich wirklich so Stück für Stück durch. Hey, was brauche ich alles? Wie mache ich mir eine Einheit? Was ist wichtig? Was ist nicht wichtig? Und so. Und er geht hier auf wunderschöne Sachen ein. Also, er geht fast auf alle Punkte ein, wo ich mir vorher gedacht habe, boah, funktioniert das? Ja, Klassiker. Ich bin tatsächlich, wenn ich Figuren anmale und die im historischen Kontext anmale, dann bin ich da ein Gewandungsnah, Punkt, 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 Punkt. Ihr wisst schon. Kennt dieses Wort. Oder auch Knöpfchenzähler sagt man auch so schön. Dann suche ich mir Vorlagen, recherchiere ich ein bisschen und dann sollen die Uniformen schon relativ nah am Original sein. Weil ich es geil finde, ja. Manche machen das nicht, manche machen das. Ich finde es schön, ich habe da Spaß dran. Ist ja auch okay. Jeder, wie er möchte. Sieh, schon eine Viertelstunde schaffen wir wieder nicht heute. Ich labere schon wieder zu viel, aber 20 Minuten kriegen wir hin. Füge ich euch noch nachher an. So, das muss aber nicht sein. Er beschreibt hier nämlich ganz klar, warum. Ja, man kann einfach sagen, hey, die haben so viel durchgemacht, die sind schon so lange in so einer Truppe, die haben sich angepasst, die haben andere Sachen genommen, um sie anzuziehen und so. Also, ihr müsst die nicht historisch korrekt bemalen. Ihr dürft, aber ihr müsst nicht. Und das ist so, finde ich nochmal ganz nice. Also genau, es gibt hier diese roten, man sieht es einigermaßen, diese roten Kästchen im Buch immer mal wieder. Und die eben ganz klar auf so eventuelle Problematiken hinweisen, die vielleicht entstehen könnten. Und das finde ich hier sehr, sehr schön. Genau, ja, dann baut man sich seinen Offizier. Der ist ein bisschen ausführlicher, was man da machen muss. Dem kann man noch ein bisschen Ausrüstung mitgeben. Aus der Armory. Ich blätter hier einfach ein bisschen schneller durch. Dann gibt es nochmal Special Armory mit besonderen Sachen. Da ist sowas drin wie kalte Eisenwaffe, heiliges Symbol, Öl und Fackeln, einen Salzsack und so weiter. Genau, und dann werbt man sich Soldaten aus. Und jetzt kommen die Länder ins Spiel. Die verschiedenen Nationalitäten haben eigene Recruitment-Lists. Das heißt, man darf mit bestimmten Ländern nur bestimmte Truppen mitnehmen. Manche Truppen sind einmalig. Zum Beispiel Österreich. Österreich kann einen sogenannten Dampir mitnehmen. Ich glaube, das ist ein Halbvampir, wenn ich mich nicht täusche. Und es gibt, glaube ich, nochmal ein oder zwei Charaktere, die nur von einer Nation mitgenommen werden können. Ja, ich glaube, die Russen haben einen Wehrbären, was ich sehr cool finde irgendwie. Und andere Einheiten wiederum können von verschiedenen Nationen mitgenommen werden. Wenn wir schon bei Österreich sind, bleiben wir einfach mal dabei. Also Österreich kann zum Beispiel mitnehmen. Den Artilleristen, den besagten Dampir, einen Doktor, einen Grenadier, einen Heavy Cavalryman, einen Infantryman, einen Junior Officer, Light Cavalryman, Okkultist, einen Zapper, einen Supernatural Investigator, einen Tactician und einen Veteran Hunter. Das sind die Figuren, aus denen ich quasi auswählen kann. Ja, im Vergleich dazu nehmen wir mal Preußen. Wir bleiben mal bei der zweiten deutschsprachigen Nation im Spiel. Preußen kann mitnehmen, einen Artilleristen, einen Doktor, einen Grenadier. Die sind gleich, das kommt mir an, auch einen Guard oder eine Guard. Dann haben wir auch wieder Heavy Cavalryman, Infantry, Junior Officer, Light Cavalry, Okkultist. Einen Rifleman, der ist hier auch besonders. Einen Zapper, ja, einen Swordsman können die mitnehmen. Genau, ich glaube, in Spanien gibt es dann noch sowas wie einen, ja, Irregular, also quasi einen, na, ja, genau, Wortfindungsstörungen am, was denn heute, Dienstag. Einen Guerillero, einen Guerillakrieger, quasi. Einen Marine, einen Native Scout, genau, also ganz viele verschiedene Dinge, Champion of Faith, also so einen, ja, einen Champion des Glaubens. Da gibt es ein paar ganz, ganz coole Sachen eigentlich. So, und das Schöne ist, wenn man, es gibt hier wieder eine, ihr seht schon, rotes Kästchen. Es gibt eine optionale Regel, die werdet ihr nachher noch, wenn ich meine Armee vorstelle, sehen. Wenn ich jetzt sage, wichtig ist, mein Spielpartner muss damit einverstanden sein. Wenn ich jetzt sage, boah, ich hätte aber super gerne in meiner britischen Armee einen, irgendwas drin, was ich da eigentlich nicht mitnehmen darf. Dann kann ich vereinbaren, ich darf eine Figur, ähm, mitnehmen, die es von mir eigentlich nicht gibt. Die ist dann aber, ich glaube, doppelt so teuer. Genau, das ist not on the national list to join the unit, however, this soldier kostet national an acht, acht recruitment points mehr. Ja, also ich muss ein bisschen mehr dafür zahlen, dafür darf ich dann Sachen mitnehmen, die es eigentlich nicht gibt. Wie schon gesagt, werdet ihr sehen, weil ich habe das in einer meiner beiden Banden gemacht, weil ich es eine geile Idee fand. So, dann kommt hier natürlich ganz klar die Soldier List, also sprich die Werte, was haben die mit dabei, was für Sonderregeln haben die, welche Werte haben die und so weiter. Das sind dann ein paar Seiten, ich gehe jetzt auch mal schneller durch. So, genau. Genau, und dann geht es auch schon in Playing the Game. Da will ich mich jetzt gar nicht lang aufhalten, weil, wie schon gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Am Ende des Videos dazu noch mal ganz kurz mehr. Das überfliegen wir ganz kurz. Ja, da wird alles so ein bisschen erklärt, wie funktioniert das, wie geht die Bewegung, wie schieße ich und so weiter. Warte mal, ich blätter es mal kurz durch, wo geht denn die Campaign los, da geht die Campaign los, genau. Ihr seht schon, es sind ein paar Seiten Regeln, aber es ist nicht so schlimm. Es ist wirklich eigentlich sehr angenehm. Ich habe es mir auch schon durchgelesen, es liest sich alles relativ simpel. Es gibt ein paar Additional Rules, wenn ich es ein bisschen komplizierter machen will, muss ich aber nicht unbedingt. Ne, ist eigentlich echt ganz gut gemacht. Dann kommt der Abschnitt über Kampagnen. Und das ist, glaube ich, das Schöne, weil ich glaube, dieses Spiel hat sehr viel, sehr viel, ähm... Ja, genau, hat sehr viel Potenzial, ähm, für Geschichten erzählen. Ähm, generell, ich denke, dieses, dieses, ich habe historische Figuren, die gegen fantastische Figuren kämpfen, in einem, ja, Horror, sehr dunklen Fantasieszenario. Und ich habe nur kleine Banden, die ich aber auch, also die können Erfahrungen sammeln, die entwickeln sich, ähm, ich kann mir zu jeder Figur, zu jeder Band eine Story ausdenken. Und ich kann da wirklich, glaube ich, wenn ich ein paar Leute habe, wenn ich nicht das spielen kann, eine wunderschöne Kampagne aufbauen und eine wunderschöne Geschichte erzählen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ja, da gibt es eben auch hier, ja, Check for Injury, Death and Madness und so weiter, Erfahrungen sammeln, ähm, Power und Rank, oder Unit Power Rank, also wie stark ist meine Armee, ich kann reequipten, ähm, ja, auch hier wird optionale Regeln und so weiter und so weiter. Dann kommen Szenarios, und zwar eine ganze Menge. Okay, ich, naja, und hier seht ihr übrigens auch, hier kommen dann die Karten ins Spiel, ähm, ich habe hier in dem Fall, glaube ich, waren es fünf, ähm, von den Tokens, die verteilt sind, von den Münzen, die verteilt sind, ähm, wenn ich an so eine Münze hingehe, wie genau das geht, steht in den Regeln, ähm, aktiviere ich die, oder deck diesen Clou, den ich da finde, auf, ziehe entsprechend verdeckt eine von den Karten, die, die ich ziehe, muss ich noch was passieren, und da kann sowas passieren, wie zum Beispiel, was sind wir denn, den King of Diamonds haben wir jetzt gezogen, und da steht hier, Strange Footprints, the player that uncovered this clue should add one monster dice to their fate pool. Und so Dinge passieren dann hier halt, dafür braucht man die Karten. Ja genau, wenn man das abgeschlossen hat, gibt es entsprechende Rewards, die man kriegen kann. Ja, Szenario 2, Szenario 5, es sind viele. Oh, jetzt war ich zu schnell. Szenario 9, das sind, glaube ich, 11, wenn ich mich nicht täusche. Ne, 10, genau. Dann, wie mache ich mir eigene Szenarios? Also, was ist hier wichtig, ja? Establish the story, set up the table, Monsters, ähm, und so weiter, sprich, wie, wie baue ich meine eigenen Szenarien? Und das finde ich schon mal mega. Ja, dann werden hier noch ein paar andere Sachen erklärt, zum Beispiel, ja, wir, die wir alle Corona-gebeutelt sind, Solo Play. Hier ist direkt eine Anleitung drin, wie ich alleine spielen kann, ähm, ohne dass ich, dass ich, äh, Mitspieler brauche. Und das, glaube ich, könnte hier tatsächlich sehr gut funktionieren. Auch das werde ich mal ausprobieren. Ja, auch Cooperative Play, dass du quasi Solospiel machst, aber halt, jeder nimmt drei Figuren oder so, und man spielt es dann eben entsprechend was, das finde ich auch ganz nice. Also, da gibt es ein paar schöne Ideen. Ähm, ihr seht schon, ich bleibe, dass man hier, das sind die Szenarios für Solo Play mit ein paar mehr Zufallselementen. Dann kommt hier hinten die Monsterliste, also was gibt es hier alles von Banditen über schwarze Hunde, Wechselbelger, äh, was immer noch, lebende Rüstung, lebende Vogelscheuche, Hopgoblins, Trolle, es gibt hier alles Besessene, Vampire, Vampirraten, Wehrwölfe, es gibt hier alles. Und natürlich auch wieder hier, Creating Your Own Monsters. Also auch die könnt ihr quasi selber bauen. Wenn ihr irgendeine geile Figur habt und sagt, boah, die, die möchte ich da, die würde so gut passen. Ja, dann hier, bitte, baut euch ein eigenes Monster, gar kein Problem. Das, das finde ich, man hat hier wirklich mal ein bisschen Sandkastenprinzip, ja. Erklärung der Sonderregeln, was die bedeuten und so weiter, das müssen wir jetzt nicht darauf eingehen. Ist recht kurz gehalten. Dann die Unit Sheet, wie gesagt, die könnt ihr euch hier schön rauskopieren. Und das war's. Das ist das Silver Bayonet im Kurzdurchgang. Den haben wir jetzt gebraucht, naja, 20 Minuten. Ähm, kurz und schmerzlos. Ich hol uns meine zwei Banden auf den Tisch. Also, warte mal, sieht da doof aus, ohne dass nix steht. Ich hol uns kurz meine zwei Banden auf den Tisch, baue die Kamera kurz um, sag noch fünf Wörter dazu und eine Ankündigung fürs nächste Video. Und dann haben wir's geschafft. Ja, sind halt dann doch 25 Minuten. Bis gleich in anderem Blickwinkel. So, willkommen bei meiner ersten Bande. Ähm, noch nicht so ganz zu erkennen, weil die Farben, Uniform muss man nicht unbedingt kennen. Ähm, aber warte mal, wenn ich so ein bisschen nach drüben drehe. Samurai, what the fuck? Ähm, aber hier, der hat einen roten Mantel an. Deswegen, vielleicht hat der eine oder andere schon geahnt, vielleicht kennt auch der eine oder andere diese, ähm, blaue Uniformen mit den schwarzen Zweispitzen. Das sind meine britischen Marine-Jungs. Ja, ich, Horatio Hornblower. Ihr habt's ja im letzten Video schon gehört. Ähm, find ich ganz cool. Das ist mein Anführer, mein Captain. Überhaupt nicht inspiriert durch einen Hornblower. Nein, niemals. Das ist mein Young Officer. Ähm, das wird mein Schiffsarzt, mein Doc. Achso, ich muss weiter drehen, sonst seht ihr gar nichts, gell? Ich drehe mal bis zum Ende vom Samurai rüber. Schön langsam, dass euch nicht schlecht wird. Ähm, dass ich aber alle rieche, alle drauf. Ah, nicht ganz scharf, der wäre jetzt noch geil. Will er nicht. Will er nicht. Dann gehen wir ein Stück raus, dann ist es besser. So, jetzt ist es besser. Ähm, mein Samurai. Ja, warum ist da ein Samurai drin? Ich wollte einen Schwertmeister drin haben, weil ich es irgendwie cool finde. So, die Briten haben aber keinen Schwertmeister. Die dürfen den nicht mitnehmen. Das dürfen, glaube ich, nur die Spanier, die... Ich gucke jetzt nicht nach. Ähm, die Spanier und die Preußen bin ich mir ganz sicher. Beim Rest weiß ich es gerade nicht auswendig. Ich glaube, das sind noch die einzigen beiden. So, habt ihr ja vorhin mitbekommen. Acht Punkte mehr. Kann man den mitnehmen, gar kein Problem. Und ich dachte mir, okay, was nehme ich jetzt? Nehme ich einfach irgendeinen Offizier mit einem Säbel? Langweilig. Aber große Seefahrernationen, die Briten waren auch viel in Japan. Und ich habe eine coole Figur gehabt. Habe ich einen Samurai mit dabei? Ja, mega. Finde ich einfach cool, dass sowas funktioniert. Und ganz ehrlich, ich meine, es gibt gerade in der japanischen Mythologie auch wahnsinnig viele Monster und Kreaturen, die nicht so nett sind. Ähm, passt. Finde ich cool. Dann hier mein Marine. Deswegen hier auch rote Uniform und sowas. Dann haben wir hier einen... Boah, ich müsste lügen. Eins ist ein Sailor und eins ist das andere. Ich weiß gar nicht. Also ich habe hier nochmal zwei Marine-Jungs mit dabei. Ganz klassische Boarding-Party oder eben Marine-Truppe. Ähm, für das Silver Bayonet. Die Jungs werden hoffentlich die Woche noch fertig. Mal gucken. Und, ich habe ja schon gesagt, zwei Banden. Eine Angst, wir machen jetzt ganz flott. Ähm, wie Vlembrer könnte man jetzt hier hören. Da sind nämlich meine Franzosen. Ich stelle sie mal kurz so auf. Die anderen sind richtig. Da kommt ein Pferd. Ähm, was habe ich hier? Ich habe hier einmal meinen Offizier. Ja, wie ihr auch sehen könnt, die... Die vier hier. Das ist französische... Ähm, ich glaube, alte Garde. Alte Garde, die generiert, wenn ich mich nicht ganz arg täusche. Ähm, von den Parries. Ich habe hier ganz viele Parry-Miniaturen, weil ich die einfach mag. Ich liebe die. Ähm, ich habe hier meinen Offizier. Der ist auch schon fertig, tatsächlich. Man stellt nicht scharf, doch stellt scharf. Ähm... Ja, passt einfach. Ich finde die cool, die Minis. Ähm, genau, Offizier. Dann haben wir hier einen, ähm... Ich glaube, es soll ein Champion of Face werden. Ich bin nicht ganz sicher. Aber halt den Bannerträger mit dem Adler, ähm... Seines Regiments. Dann haben wir einen Zepper mit dabei. Und ganz ehrlich, was ist das für eine geile Mini? Noch sieht er gar nichts. Ja, jetzt stellt er scharf. Naja, so halbwegs. Zwei Pistolen im Gürtel, eine fette Axt über der Schulter, einen dicken Bart. So sieht ein cooler Zepper aus, wenn er mal fertig ist demnächst. Dann hier noch einen normalen Soldaten. Ähm, einmal leichte Infanterie. Das wird ein, ähm... Oh Gott, Chasseurs de Alpine. Oder so ähnlich. Sorry, mein Französisch ist... Ich kann es eigentlich nicht. Ähm, quasi Gebirgsjäger der Franzosen. Die haben in den Pyrenäen aufgepasst, dass die Spanier nicht drüber laufen. Ähm, haben... Ich wollte eben nicht nochmal eine blaue Uniform oder nochmal eine grüne Uniform. Die hatten braune Uniform mit babyblauen Aufschlägen. Oder himmelblauen Aufschlägen. Ähm, genau, leichte Infanterie. Dann habe ich hier einen, ja, Veteranen... Veteran Hunt. Huntsman, glaube ich, heißt der im Spiel. Das ist so, ja, der Badass der Truppe, der sich auskennt mit sowas. Ist von Reaper Miniatures ein Hexenjäger, keine Ahnung. Den fand ich ganz passend, der ist ganz cool. Und dann haben wir hier, ihr seht schon, die haben quasi die gleichen Sachen an. Ähm, ja, auch wieder Parrys Plastikminiaturen. Ähm, das sind, ähm, Gardedragona. Und das ist quasi die gleiche Mini. Weil der kann, kann, er muss nicht, Britten ins Spiel gehen und er kann absteigen. Das heißt, wenn ich den Britten ins Spiel reingehen lasse, weil ich sage, passt zum Tisch, ich habe Platz, der kann da reiten. Kann ich ihn absteigen lassen. So, simpel und einfach. Genau, sowohl zu meinen Banden. Was für den ich noch zu den Banden habe. Und die Ankündigung, die ich machen wollte, kommt gleich. Aber dann dürft ihr mir ins Gesicht schauen und müsst nicht diesen langweiligen Tisch angucken. Also, bis gleich. So, so, ihr Bayonet. Ein erstes Resümee, das doch wieder viel länger geworden ist, als ich gedacht habe. 15 Minuten reichen mir nicht. Aber ich glaube, ihr guckt ja auch ganz gerne ein bisschen länger. Ich gucke auch gerne ein bisschen länger. Also, was soll's. Ähm, drei Dinge. Fangen wir mal damit den Banden an. Was möchte ich noch bauen? Ich möchte ziemlich sicher noch eine preußische Bande bauen. Und da hätte ich Bock auf einen Freikorps, weil ich die irgendwie cool finde. Ähm, irgendwas mit Husaren möchte ich noch, weil ich Husaren habe. Also, was ich ganz geil finde. Hatten die Preußen, also würde passen. Ähm, ich will eine russische Bande, weil, ganz ehrlich, ein Werbär. Ich habe noch kein schönes Modell gefunden, aber ein Werbär. Hallo? Ähm, ich möchte... Äh, Österreicher bin ich mir nicht so sicher. Ähm, Spanier? Ja, vielleicht so mit einem Padre und einem fetten Kreuz und dazu Guerilleros und irgendeinen hochnäsigen Adligen. Ha, wäre auch geil, aber auch noch nicht so Top-Ranking. Was habe ich jetzt für Banden vergessen? Ich habe gar nicht hier welche vergessen. Gut, dass wir das Buch in der Hand hatten, nicht wahr? Ähm, one moment. So, hier haben wir es. Freien Frankreich, habe ich da stehen. Russland, habe ich gesagt. Spanien, habe ich gesagt. Österreich, habe ich auch gesagt. Und Preußen, habe ich auch gesagt. Ja, fast alle Banden gesagt. Ähm, gibt es Nationen, wo ich sage... Oh, zweite britische Bande. Ähm, Rifles. Ich habe hier von... Von... Ich fände ja noch... Eine Sache geil. Ich bin ja gebürtig aus dem schönen Bayernland. Also aus dem Allgäu, um ganz genau zu sein. Wohne ich schon lange nicht mehr. Bin aber in Bayern aufgewachsen. Und ich mag an sich die bayerische... Also die Uniformen der bayerischen Armee zur Zeit Napoleons sehr gerne. Wenn ihr mal in Ingolstadt oder Umgebung seid, das bayerische Armeemuseum, bietet sich das ja an. Gibt es zwei Stück. Gibt es eins im Neuen Schloss und eins im Riduitili. Neues Schloss ist Mittelalter bis irgendwann nach Napoleon. Riduitili ist hauptsächlich Erster Weltkrieg. Lohnen sich beide, sind beide sehr schön. Also waren sehr früh, ich war schon lange nicht mehr drin. Aber sind beide sehr schöne Museen. Und da stehen halt eben auch Uniformen der bayerischen Armee aus der Zeit Napoleons. Was mag ich dran? Zum einen finde ich die Farbe ganz nice. Dieses Weiß und das hellere Blau finde ich ganz cool. Und ich liebe diese scheiß Raupenhelme. Ich finde Raupenhelme irgendwie super, mega cool. Da habe ich schon in dem letzten Video gesagt, es gibt ja Figuren von einem Hersteller, den ich jetzt leider gerade nicht mehr auf dem Schirm habe, wie er heißt. Egal, die kann man wieder kaufen. Der Shop ist wieder online. Ich kann mir die Dinger bestellen. Da lohnt sich auch immer der Zoll aus UK. Das ist dann nicht so schlimm. Heißt aber, es gibt eine bayerische Truppe. Was mache ich da? Ich nehme Österreich oder Preußen, muss ich noch gucken. Was ich nehme, wahrscheinlich wird es eher Österreich, weil ich den Dampier an sich ganz cool finde. Und ich finde, in Bayern kann man auch Dampiere mit dabei haben. Oder Wolperdinger. Ist ja egal. Also eine bayerische Truppe muss noch her. So viel zu dem, was plane ich hier. Ich versuche die beiden Bannen, die ich gerade vorhin gesehen habe, in den nächsten drei, vier, fünf Tagen fertig zu malen. Zumindest so die zwei, drei, vier Gürchen noch vielleicht fertig kriegen. Das wäre ganz nice. Warum versuche ich das? Naja, ich habe nächste Woche Urlaub. Nichts Besonderes. Das Ostern ist bald. Da hat man halt Urlaub. Ja, Kindergarten ist zu. Das zweite Schöne ist, wir fahren wohin? Bayern. Ja, passt. Wir fahren in die Nähe auf dem Chiemsee. Auch nichts Besonderes. Wollen wir jetzt die Figuren fertig malen. Weil ich fahre da nicht alleine hin. Jetzt sagt ihr, ja Flo, klar, du nimmst die Familie mit. Nein, nein. Also ja, die dürfen auch mit. Das ist okay. Aber es kommt noch jemand mit. Und zwar der Marcel. Den kennt ihr schon. Der fährt auch mit seiner Familie mit. Und wir haben gesagt, wir wollen zumindest ein bisschen Tabletoppen abends. Wenn wir Zeit haben und unsere Frauen uns lassen. Also so einen Abend vielleicht. Wenn wir lieb sind und brav und so. Dann wollen wir das da testen. Deswegen, wenn ich es geil möchte, die Figuren noch fertig kriege. Ansonsten, sie sind zumindest nicht mehr Blanko Zinn. Ist ja auch schon mal ganz gut. Heißt aber auch, vielleicht. Wenn wir Bock drauf haben und die Zeit und den Elan ein kleines Testspiel zu machen. Dass wir die Regeln mal angekestet haben. Und dann richtig zu spielen. Und durch ein Spiel aufzunehmen. Gibt es vielleicht einen Spieltestbericht. Als nächstes Video. Vielleicht. Gucken wir mal. Wenn wir das nicht hinkriegen. Also entweder wir die Regeln einfach nicht reinkriegen. Oder nicht die Zeit haben, so lange zu spielen, dass wir es aufnehmen können. Oder die Aufnahmen scheiße werden. Kann ja auch passieren. Gibt es aber zumindest ein Feedback-Video. Sprich, wie funktionieren die Regeln. Wie spielt es sich. Wie schnell haben wir gebraucht, um reinzukommen. Und wie viel Spaß macht es. Weil das ist ja, finde ich, hier immer wichtig. Ich hoffe sehr drauf, dass das hier ein sehr cooles Bier am Pretzel Tabletop ist. Sprich, es einfach Spaß macht, es mal abends eine Stunde zu spielen. Ich hoffe, dass es sehr schnell ist. Mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr. Oder? Was bin ich kurz überlegen? Nein, mehr weiß ich auch nicht mehr dazu. Ich wünsche euch, wie immer, Würfelglück. Viel Spaß beim Figurenarmalen, beim Spielen, beim Neu-Spiele-Testen, beim Neu-Figuren-Kaufen, beim Bemalen, Würfeln, you know, was ich meine. Entschuldigung. Freut euch an unserem tollen Hobby. Es ist ein tolles Hobby, es macht Spaß. Auch wenn es noch mal zu kurz kommt. Wenn die Kinder krank sind oder die Kita zu hat, weil alle Corona haben. Ja, das ist scheiße. Deswegen dauert es mir auch noch ein bisschen länger, dass ein neues Video kommt. Aber seht es mir nach. Habt trotzdem Spaß mit den Videos. Vielleicht schaffe ich auch nächsten Monat mal zwei statt nur einem. Wir werden es sehen. Jetzt habe ich genug gelabert. Video ist schon lang genug. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Tag, Abend, Nacht. Whatever, wann ihr das Video anschaut. So viel dazu. Ich mache jetzt Feierabend. Euer Flo. Ciao. Ciao.